Wir sind am EBA Schweiz und entwickeln digitale Lösungen, die die Arbeit für Menschen einfacher, sicherer und nachhaltiger machen sollen. Im Ansatz ist es eine integrierte Plattform, die dem Unternehmen Rechtssicherheit in allen HSQE-Management-Belangen gibt. Mit der Gefährdungsbeurteilung stellt das Unternehmen sicher, die Gefahren erkannt zu haben und Massnahmen eingesetzt sind. Die integrierte künstliche Intelligenz im Gefahreninventar überprüft das und ergänzt, die notwendig auch mit Massnahmen. Das gibt eine administrative Entlastung. Sie ist so integriert, dass keine Kopierfunktion notwendig ist, sondern direkt im Tool angelegt wird. Die KI kann darum so gezielt eingesetzt und sehr einfach eingesetzt werden, dass die Arbeit sicherer, einfacher und nachhaltiger ist.